hallo weltraumpiraten heute möchte ich gerne auf ein trick weiß ich gar nicht eingehen nämlich die möglichkeit dass ich den link team bonus bei einem remote und den enhanced reaction hacking programm gleichzeitig nutzen will um meinen burst in der arrow auf drei zu erhöhen das enhanced reaction konkurriert in dem fall aus meiner sicht mit dem marksmanship wo ich dem dem bot dann marksmanship gebe und damit cover ignorieren lasse und dazu habe ich mal ein paar statistiken gegen gerechnet ziel ist es immer offensive einheit habe ich genommen den salamandra weil das eine einheit ist die offensiv wahrscheinlich durch ihren hohen burst gegen solche einheiten vorgehen würde also burst 5 mit einem bs von 14 und einer soliden armor und reaktiv habe ich den den bot von akkonto cemento genommen weil der sich dort auch core linken lässt und der missile launcher dafür auch ein eine hohe bedrohung darstellt also habe ich ein paar beispiele durchgerechnet hier oben einmal sehen wir den wert mit börs 3 der ist dann im calling der bot das heißt er kommt auf einen bs von 15 bei wir nehmen an beide einheiten am amor er hat explosive und schießt aber mit dem template modus und genau das führt dazu dass wir eine 50 prozentige chance haben dass der salamandra gewinnt und eine 39 prozentige chance also fast 40 prozentige chance dass der bot gewinnt demgegenüber wenn ich den bot marksmanship gebe und damit den bs auf 18 booster dafür aber nur ein burst 2 habe komme ich auf eine gleiche wahrscheinlichkeit also viel viel bedrohlicher ja beim burst 3 habe ich natürlich geringere variation aber meine wahrscheinlichkeit auf lange sicht einen erfolg zu haben ist in dem fall mit marksmanship einfach deutlich besser ähnliches habe ich durchgerechnet für wenn wir nur einem haares sind das kann ja durchaus auch sein link team ist schon weg dann haben wir auch standardmäßig eine wahrscheinlichkeit von der untere wert hier ist nicht ganz richtig da ist der burst zu hoch hier habe ich aber den richtigen wert da wenn wir dann auf 2 gehen auf burst 2 gehen haben wir eine 30 prozentige chance gegenüber der vorherigen 22 prozentige chance also wir haben irgendwie so um die 7 bis 8 prozent gesteigerte wahrscheinlichkeit ein erfolg zu haben wenn wir marksmanship darauf den bot wirken gegenüber enhanced reaction deswegen glaube ich dass dieser diese diskussion und ich möchte nicht halb nennen um diese enhanced reaction änderung eigentlich ein falle ist und eigentlich fahren wir sowieso immer besser mit marksmanship auf den bots das ist